Liebe Zuschauer, liebe Freiheitskämpfer, auch wenn es viele noch nicht sehen oder nicht sehen wollen, wir sind in einer düsteren Ära angekommen, in der die langen Schatten des Totalitarismus und der Zensur unsere Welt verdunkeln. Unsere Stimmen, die wir einst frei in öffentlichen Foren, in den Medien und auch online einsetzen konnten, werden durch komplett willkürliche Zensur und durch vage formulierte Gesetze langsam erstickt. Begriffe wie Hassrede und Fake News werden willkürlich eingesetzt, um das herrschende Narrativ durchzusetzen und Menschen mit eigener Meinung zu diffamieren und eben auch, um Gesetze weiter zu verschärfen. Schaut man auf unsere Medien, sieht man, wie unabhängige Stimmen verstummen, eine nach der anderen, als würden sie von einer unsichtbaren Kraft ausgelöscht. Und die einst stolzen Säulen der Demokratie sind zu reinen Echokammern der Macht geworden, die die offizielle Linie ohne Wiederfrage wiederholen. Unabhängige Medien hingegen haben einen schweren Stand gegen die von Staat und anderen milliardenschweren Institutionen finanzierten Massenmedien und gegen die Zensur der sozialen Netzwerke. Und unabhängige Medien werden aufgrund ihrer Systemferne eben auch nicht mit Werbung von Grosskonzernen gesund gestossen. Sie leben oft mehr schlecht als recht ausschliesslich von Menschen, die verstehen, wie wichtig, unabhängiger, wirklich freier Journalismus ist. Und das sind leider immer noch viel zu wenige. Doch in dieser Dunkelheit gibt es natürlich auch Licht und das sind wir selber. Jeder von uns trägt das Feuer der Freiheit in sich und es darf nicht erlöschen. Wir dürfen nicht zulassen, dass unsere Hoffnung von Angst überschattet wird. Wir müssen zusammenstehen, stärker und vereinter als zuvor. Und persönliche Animositäten oder vergleichsweise geringfügige Abweichungen bei unseren politischen Hoffnungen und Zielen dürfen uns nicht spalten. Denn davon profitieren ausschliesslich jene Akteure, die das genaue Gegenteil von dem anstreben, was der selber denkende, geistig gesunde Mensch anstrebt. Und zwar ein Leben in Würde, Freiheit und echter Gerechtigkeit. Wir sollten auch als Konsumenten immer zuerst freie Plattformen wie Telegram, Rumble oder X besuchen, bevor wir unsere Aufmerksamkeit jenen Plattformen zuwenden, die alles tun, um die Lügen ums Klima, Krieg und angeblicher Gesundheitspolitik zu verbreiten. Denn wie bei Corona können sonst bei der nächsten Eskalation wieder fast alle freien Stimmen in einer konzertierten Aktion auf einen Schlag ausgeknipst werden. Es ist Zeit, mutig zu sein. Lasst uns erneut oder vielleicht auch zum ersten Mal laut unsere Ansichten äussern und unsere Geschichten erzählen und unsere Rechte einfordern. Lasst unser freies Denken und Reden zur Inspiration für alle anderen werden. Lasst uns nicht nur für unsere eigene Freiheit kämpfen, sondern auch für die Freiheit derer, die nach uns kommen. Und lasst uns standhaft bleiben, mit Hoffnung in unseren Herzen und der Überzeugung in unseren Stimmen. Lasst uns kämpfen, nicht mit Waffen, sondern mit dem unbeugsamen Geist der Menschlichkeit, für die Freiheit, für die Wahrheit, für unsere aller Zukunft. Eine sehr ernsthafte Botschaft, Totalitarismus und wir haben die Freiheit. Und diese Freiheit müssen wir nicht nur besprechen, sondern auch leben. Und darum kann ich Ihnen einen wunderbaren Widerspruch jetzt ankündigen. Das Strickerfest der Liebe, das Strickerfest 2024, wird ausverkauft werden. Das ist sicher. Wer jetzt noch Tickets haben möchte, der sollte sich voranmelden. Und ich will dann niemanden jammern hören, der keine Tickets mehr kriegt, weil es gibt auch polizeiliche Vorschriften, die Sinn machen. Und zwar die feuerpolizeilichen Vorschriften. Und da sind wir nun mal begrenzt. Also Tickets sichern auf stricker.tv und dann leben wir. Da können wir alle lachen, tanzen und zumindest wer es kann, kann dann auch singen. Wie auch immer, ich wünsche euch einen schönen Kampf und ein schönes Tanzen für unsere Zukunft. Und zwar aufrecht, unbeugsam und maßvoll kämpferisch. Bis bald. Das war der Wunder, leider ist es nicht so lange her. Das Strickerfest der Liebe, die Runden des Widerstands längst danach. Und doch haben wir seitdem gedacht. Nach all den Demos, den Reden, den dem Lehren hoffen, haben wir viel zu wenig gelacht, den Tanz gesoffen. Doch jetzt ist wieder so weit, das Fest der Feste kehrt zurück. Weil sind wir alle wieder bei, versorgen vor lauter Rücken. Das Strickerfest, das Strickerfest der Liebe. Safe to date, du crazy motherfucker. Den 6. Juli tragt ihr ein. Die Platzsaal ist beschränkt. Wer zu spät kommt, kriegt nicht sein Geschenk. Wer zu spät kommt, bestraft das Leben. Wer zu spät kommt, verpasst das Leben. Wer zu spät kommt, verpasst das Leben. Das Sitzert an Schweden, das Glück am 6. Juli ist das Strickerfest zurück. Das Strickerfest, das Strickerfest der Liebe. Das Strickerfest der Liebe. Die Wunden des Widerstands längst danach. Und doch haben wir seitdem gedacht. Nach all den Demos, den Reden, den dem Lehren hoffen. Haben wir viel zu wenig gelacht, den Tanz gesoffen. Doch jetzt ist es wieder so weit. Das Fest der Feste kehrt zurück. Weil sind wir alle wieder bei. Versorgen vor lauter Rücken. Das Strickerfest, das Strickerfest der Liebe. Das ist wieder so weit. Bis zum nächsten Mal. Das Flick am Fest der Liebe, das Flick am Fest der Liebe.